In der Kampion kam das Grau, nämlich im Eis und mit ihr, der Kampion. Sehr, sehr! Mein Gast im Bett des englischen Königshauses und das Boot von Herrn Wies die Schuhe für den großen Drei von Jonne. Aus Befehl von König Charles II wurde Sir Vestiveren der Aufgabe betraut, diese Polskathedrale wieder aufzubauen. Diesmal baute man in London mit Stein. Auf den Runden des Randes erhoog sich eine neue Kathedrale und erstreckte sich glorreich gegen den Hirn.